Herzlich willkommen meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch wieder zu einer neuen Aufnahme hierbei in Rummelsberg bei Oberspiel Minecraft. Oh, ich muss was essen. Das stelle ich gerade fest. Was mich sehr freut ist ein Kommentar, den ich gerade jetzt vor ein paar Tagen gelesen habe. Und zwar habt ihr auch gemerkt, dass das Pfeifen weg ist, dass mich das euch schon länger gestört hat. Mich bei der vorletzten Aufnahme und bei der letzten Aufnahme habe ich es dann versucht wegzubekommen und es ist mir gelungen. Das ist schön. Wir machen erst mal Musik an. Und zwar Musik von mir selber wieder. Jetzt mal die ganz alten Stücke von vor sechs Jahren. Ja, was machen wir hier? Wir können eine Expedition machen, sage ich mal. Denn ich möchte ja, haben wir schon länger nicht mehr gemacht, da unten, das Baumhaus. Da wollte ich noch was dran verändern. Also machen wir erst mal eine Expedition. Was habe ich denn hier im Inventar? Geht das wieder nicht auf I? Ich habe das wieder auf E geschaltet hier, weil ich immer mal wieder... So will ich es haben. Dieser ganze Kram, die tun wir mal weg in der Kiste. Ach ne Leute, jetzt komme ich hier so Pop-Up Fenster. Sie erst mal zu machen. So, hier wollen wir raus. Dann gehen wir hier runter. Das hier gefällt mir nicht so. Das müssen wir abändern. Deswegen mache ich das erst mal jetzt nicht. Vielleicht nachher fange ich damit an. Wir machen erst mal eine Expedition. Ja. Und zwar... Da sollte ich natürlich dann versuchen, Knochen... Ja, aber mal sehen, haben wir denn noch Knochen dabei. Hier sind keine Knochen drin. Ich hatte ja bei der letzten Schiffsfahrt, hatte ich Hunde gefunden. Wie kann ich eigentlich Hunde zähmen? Mache ich das nur mit Knochen? Ja, hier ist noch Platz. Da schmeiße ich mal den ganzen Kram da rein. Was wir alles nicht brauchen... Bett brauchen wir natürlich. Aber das brauchen wir alles nicht. Das war... Was haben wir hier eigentlich noch Eisenschaufel... Eisenschwert. Ah, Schwert kann man immer gebrauchen. Bogen auch. Von der Eisen... Die Eisenschaufel brauche ich ja gar nicht mehr, weil ich hier mein schönes Teil habe. So, wo geht's zum Hafen? Da gab's ja den Weg hier runter, nicht wahr? Und dann gab es natürlich noch den Weg hier drüber. Nee, hier gar nicht. Das ist unser Notfallschacht hier. Uh... Und hier kamen wir dann wieder raus. Also, ihr seht, es gibt viele, viele Gänge. Manche kennt ihr vielleicht noch gar nicht. Manche habe ich auch schon wieder vergessen. So, jetzt wollen wir mal sehen. Ähm... Tja, so kann ich natürlich auch keine Hunde zähmen mir. Da brauche ich natürlich dann doch... Vielleicht werde ich doch mal versuchen... erstmal hier in der Monsterfalle... nach Skelettenausschot zu halten. Denn ich glaube, die Hunde kriegt man ja mit. Habe ich im Lager gar keine Knochen? Müssen wir mal gucken. Mal sehen, ob wir im Lager Knochen haben. Hier geht's durch. So, jetzt haben wir wieder mal sieben Minuten nichts gemacht. Dann gucken wir mal, ob wir Knochen haben. Wenn wir Knochen haben, ist das gut. Aber wir haben alles verbraten für Knochenmehl, ne? Ja... Denke ich mir mal so. Und sonst irgendwo noch... Was ist da noch drin? Ah... Haben wir alles für Knochenmehl verbraucht. Ja, für Weiß. Ähm... Habe ich hier echt keine Knochen dran? Oder sehe ich die noch nicht? Lohnrute? Ich habe mir echt keine Knochen. Kann man eigentlich die Hunde auch mit... Ich versuch's mal, dass ich sie mit Fleisch vielleicht... Mit verbrottenem Fleisch... Vielleicht geht das ja auch. Und ich weiß auch jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, wo die Hunde damals gesessen haben. Äh... Jetzt nehmen wir doch mal unseren Notfallschacht, den ich gerade angesprochen habe. Ja... Das ist nämlich wirklich der schnellste Weg um. Also wenn wir hier mal verfolgt werden, na... Dann gehen wir hier... Ins Bad... Klappen das Klo auf und... Schmeißen uns hier runter. Man muss hier natürlich aufpassen... Dass man nicht ersäuft... Weil der Fallschacht... Ein bisschen... Verbogen ist in der Mitte. Also wer das nicht weiß, kommt er dann um. Aber wir wissen das ja... So lange wir fahren, können wir ja... Ich hoffe ich weiß den Weg noch... So lange wir fahren, können wir ja ein bisschen über ein Thema sprechen, was mir vorgeschlagen wurde von... Stefan, der den... Schönen Kanal betreibt... Herrn Stefan... Stefan bringt... Let's Plays... Bringt... Let's Plays... Ja... Mit P wie bringen... Jetzt muss ich mal auf die Karte gucken... Ey... Ich habe gar keine Karte... Keine Minimap... Habe ich mir jetzt die falsche Version hier... Hm... Okay... Dann müssen wir das ohne Minimap versuchen... Das wir vielleicht hier ohne Minimap verfahren... Wir uns natürlich... Das ist blöd... Okay... Dann wird es ein richtiges Abenteuer... Also... Wahrscheinlich scheitern wir gleich am Anfang hier... Ähm... War das jetzt hier durch... Ich glaube ja... Oder... Ich glaube ja... Also wir wissen es noch so ein bisschen... Dieser Berg da... Ist ein schönes Zeichen... Für diesen kleinen Fluss... Na... Vielleicht schaffen wir es ja sogar noch bis zum Dorf... Was ich aber eher nicht vermute... Vielleicht schaffen wir es bis zu unserer kleinen... Hütte... Das könnte sein... Naja... Ohne Karte ist mir ganz aufgeschmissen... Hier wirklich... Also... Ich fühle mich zumindest so... Sollten wir vielleicht doch an Land gehen... Und... Eine Runde schlafen... Das Bett habe ich ja wohl mit... Na... Ja... Na gut... Noch ist es nicht so weit... Das Thema... Da sprechen wir dann... Gleich drüber... Warum ist es noch nicht so weit... Wie kommt... Bis zum nächsten Mal... Wir sind auch nicht so weit... Wie können wir jetzten... Wir sind ein Pfluss... Sie haben ja gedacht... Wollt ihr sind... Wir sind... Gearsten... Wir sind... Wir sind im Parlament... In der Mitte... Ja... Wir sind... Wir sind... Wir sind... Wir sind... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020